Wenn ich nicht gehe, denn es geht gegen meine Philosophie von... Genau, eben, du bist ja schließlich die Touristenläuferin hier. Und was haben wir hier? Die Burg Hohenrechtberg, Ruine Rechtberg, täglich geöffnet. Wow, diesen Ausflug leisten wir uns. Liebe Burgfräuleins, M&M, Manfred und die Mädels, bitte stellt euch mal auf die Burgbrücke, weil wir sind ja Lauf-Touristen.